Mein Name ist Martina Grigoleit und ich bin freiberufliche Illustratorin. Ich mache hauptsächlich Graphic Recording. Das ist ein visuelles Protokoll. Das wird eingesetzt bei Konferenzen, bei Workshops und bei Vorträgen. Und ich zeichne das, was gesagt wird. Auf eine große Wand, ungefähr drei Meter lang, bringe ich das gesprochene Wort visuell in Form von Bildern auf den Punkt, aufs Papier. Meine Form des Protokolls ist sofort fertig. Das dauert nicht eine Woche, bis eine PowerPoint-Präsentation fertig ist, sondern ich bringe sofort das Gesagte auf die Wand. Ich bringe die ganzen Teilnehmer, die dann dabei sind, die bringe ich mit ein, die beziehe ich mit ein. Es bringt Spaß, das zuzugucken. Und man hat hinterher, wie gesagt, ein Protokoll an der Hand, was Spaß bringt, sich anzugucken. Das war's. 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 Vielen Dank.